Himmelsgaben Band 1 Das siebenfache Kommen des Herrn Und so werde ich kommen sieben Male, aber zum siebten Male werde ich kommen im Feuer meiner Heiligkeit. Wehe dann denen, die da unlauter werden, gefunden werden. Diese werden fürder nicht mehr sein, denn im ewigen Feuer meines Zornes. Seht, einmal war ich schon da im Anfange der Welt, um zu erschaffen alle Dinge wegen euch und euch wegen mir. Bald werde ich wiederkommen in großen Wasserfluten, um zu waschen die Erde von der Pest, denn die Tiefen der Erde sind mir ein Gräuel geworden, voll schmutzigen Schlammes und voll Pest, die da geworden ist aus eurem Ungehorsam. Da werde ich kommen euretwegen, damit nicht zugrunde gehe die ganze Welt und eine Linie bestehe, deren letzter Sprössling ich sein werde. Und ich werde zum dritten Male vielfach kommen, wie jetzt ungezählt zu euch, bald sichtbar und bald wieder unsichtbar im Worte des Geistes, um vorzubereiten meine Wege. Und ich werde zum vierten Male kommen, in großer Not körperlich, in der großen Zeit der Zeiten. Und ich werde kommen gleich darauf zum fünften Male, im Geiste der Liebe und aller Heiligung. Und ich werde zum sechsten Male kommen, innerlich zu jedem, der nach mir in seinem Herzen ein wahres, ernstliches Verlangen tragen wird, und werde da sein, ein Leiter dessen, der voll Liebe sich wird gläubig von mir ziehen lassen, zum ewigen Leben. Und ich werde aber auch so dann fern sein der Welt. Wer aber da wird aufgenommen werden, der wird leben, und mein Reich wird mit ihm sein ewig. Und endlich werde ich noch einmal kommen, wie schon gesagt. Doch dieses letzte Kommen wird allen sein, ein bleibendes Kommen, entweder so oder so. Höret und versteht wohl, verbleibet in der Liebe, denn diese wird euer Retter sein. Liebet mich über alles, das wird euer Leben sein ewig. Liebet euch aber auch untereinander, damit euch erlassen wird das Gericht. Meine Gnade und meine erste Liebe sei mit euch bis ans Ende aller Zeiten. Amen. Meine Gnade und 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 meine